Hallo ihr Lieben, herzlich Willkommen beim Seelencoaching und zu einem neuen Spezialerakel, wenn es um euren Jakobsweg geht. Ja, ich werde heute zwei Stapel machen mit drei Karten hier aus dem Jakobsweg-Kartendeck und zwar dürft ihr euch jetzt schon mal überlegen, ja eine Frage halt auch und der Jakobsweg sagt ja immer aus, beziehungsweise die Karten dann dementsprechend auch. Die erste Karte steht, was hast du für deine Frage, für deinen Wunsch, für deinen Traum, für dein Ziel in der Vergangenheit bis jetzt sozusagen schon erreichen können. Die zweite Karte ist wirklich so die Information, wo stehst du im Hier und Jetzt diesbezüglich und die dritte Karte sagt aus, was ist, wenn das Ziel erreicht ist, dein Traum erfüllt ist, was ist da dann, was fühlst du dann, was ist dann da. Das werden wir gleich in den Karten auch sehen, deswegen ist wichtig, dass du dir überlegst eine Frage auch diesbezüglich. Du kannst natürlich auch zwei Fragen haben, weil ich lege ja zwei Stapel, zweimal drei Karten und dann darfst du verteilen den Stapel 1 gleich für die eine Frage und für das eine Ziel halt auch, Wunsch, wie auch immer und den zweiten Stapel dann sozusagen für den anderen. Und ansonsten wählst du, wenn du nur ein Thema auch hast, dann wählst du halt Stapel 1, Stapel 2 ganz intuitiv, nicht mit dem Verstand, keine Doktorarbeit draus machen, sondern ganz spontan. Und ich bin auch gleich ganz gespannt, was daraus dann sich aufzeigen möchte, was du für Hinweise bekommst, was du schon dafür erledigt hast, wo du jetzt stehst und was dann ist, wenn du sozusagen das Ziel erreicht hast. Jetzt begrüße ich aber erstmal meine lieben Abonnenten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid, dass ihr gespannt auch seid, dass ihr ein Thema auch habt, eine Frage, wie auch immer. Und alle, die heute neu sind, euch grüße ich auch. Schön, dass ihr zu meinem Kanal gefunden habt. Schaut mal nach dem Video auch mal in der Playlist nach. Da gibt es Tagesbotschaften, Wochenorakel, andere Spezialorakel. Und ich freue mich dann mega, wenn es euch hier gefällt, wenn ihr ein kostenloses Abo hinterlasst. An euch alle nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, dann verpasst ihr auch keine Videos, keine Hinweise, keine Community-Posts etc. Und natürlich der Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Dafür danke ich euch von ganzem, ganz, ganzem Herzen. Und private Legungen sind natürlich auch möglich. Unter dem Video findet ihr in den Show Notes meine E-Mail-Adresse, aber auch in den Kanal-Infos. Und dann lege ich euch natürlich, ich lege, ich arbeite sonst ja mit dem Lennemore-Karten-Eck, wer es noch nicht weiß, oder wer heute ganz, die oder der heute ganz neu hier ist. Und dann lege ich die 96 Karten aus, aber auch noch ganz viele andere Karten. Nun gut, ich würde sagen, wir starten. Wir gucken uns die zwei Stapel jetzt mal an. Ich mische jetzt erstmal die Karten und möchte natürlich den Jakobsweg nachher ein zwei Stapeln für euch legen. Was habt ihr für euer Thema, eure Frage in der Vergangenheit schon alles erledigt, vorbereitet? Wo steht ihr denn hier und jetzt diesbezüglich und was ist, wenn ihr am Ziel seid? So, dann mache ich meinen obligatorischen, ganz, ganz mega schönen Ultra, naja, mega schönen Ultra ist blöd, mega schönen Schleier wollte ich gerade sagen. Nein, mein, jetzt weiß ich das Wort nicht, was ist das hier? Fächer, genau. So, wir wollen jetzt gerne für zwei Stapel, wollen wir gerne Karten haben und ich ziehe jetzt erstmal für den ersten Stapel, für das Thema, für deine Frage, was hast du dafür schon in der Vergangenheit sozusagen erledigt? Wo stehst du im Hier und Jetzt mit deinem Thema, mit deiner Frage? Und dann natürlich, was ist, wenn du das Ziel erreicht hast? Was kriegst du für eine Botschaft? So, jetzt haben wir die drei Karten hier, jetzt mache ich im Endeffekt, dass ich dann weiß, dass ich, ja, das ist meine erste Karte, zweite Karte, dritte Karte, lege ich jetzt erstmal hier hin. So, dann möchte ich gerne für Stapel zwei wissen, was hast du in der Vergangenheit, diesbezüglich, du hast ja einen Wunsch deines Zieles schon erfüllt gemacht, wo stehst du im Hier und Jetzt, was kriegst du da für eine Botschaft mit? Und natürlich, was ist, wenn du dein Wunsch, dein Thema, wenn du erreicht hast, wenn du am Ziel angekommen bist? So, wieder eins, zwei, drei, so, das ist Stapel eins, Stapel zwei, so, und die legen wir mal weg. Und du darfst jetzt entscheiden, möchtest du Stapel eins, Stapel zwei, Stapel links, Stapel rechts, oder für dein Thema eins, für dein Thema zwei, für deine Frage eins, Frage zwei, ich starte mit eins natürlich. So, und die erste Karte war, was hast du für dein Thema, für deine Frage schon sozusagen in der Vergangenheit erledigt? Da haben wir die Zukunft, das ist ja ganz interessant, okay, wo stehst du im Hier und Jetzt mit deinem Thema, mit deiner Frage? Da haben wir Wunder, und was ist, wenn du am Ziel angekommen bist, ne, was ist dann letztendlich, wenn dein Traum, dein Wunsch in Erfüllung gegangen ist? Das ist die Treue, wie schön, ich zeige euch die Karten nochmal, da haben wir die Zukunft, da haben wir Wunder, da fällt mir gerade das Lied ein, aber ich fange nicht an zu singen, ne, Wunder gibt es immer wieder. Und dann noch die Treue. So, wir haben hier keine einzige Zahl hier oben, die ich ins Lennement übertragen kann, das ist ja auch mal was, ihr wisst ja, ich übertrage immer so gerne, ne, die Karten. So, aber jetzt ist schön hier, Zukunft, das hast du in der Vergangenheit schon erledigt, und das finde ich klasse, ne, du hast für deine Zukunft schon ganz, ganz, ganz viel Bausteine gelegt, ne, also deine Frage, dein Traum, dein Ziel, etc., dafür hast du in der Vergangenheit schon ganz viel vorbereitet, es ist deine Zukunftsvision, es ist das, was du leben möchtest, was jetzt endlich realisiert werden möchtest, und du hast für deine Zukunft zu diesem Thema, für das, ne, letztendlich, was du erreichen möchtest, auch diesbezüglich, da hast du schon ganz, ganz viel erledigt, gemacht, getan und hast dich sozusagen abgesichert, warst bodenständig, warst realistisch, ne, und jetzt darfst du hier und jetzt diesbezüglich auch Wunder erwarten, und Wunder ist für mich ja, ne, ich habe gerade gesagt, das Lied auch so schön, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, es ist schon ein altes Lied, Wunder gibt es immer wieder, ne, und vielleicht hört ihr euch das mal an, wenn ihr weiß, es kommt mir so gerade im Kopf, vielleicht ist das, will das noch was vom Text, Tech, ich bin immer so jemand, wenn mir ein Lied in den Kopf kommt, dann muss ich immer den Text, den Songtext mir dann nehmen, auch wenn es auf Englisch ist, ne, ich muss immer gucken, weil immer sagt mir das Lied irgendwas, ne, wenn ich so einen Ohrwurm habe, oder nicht aus dem Kopf bekommen, immer hat man spontan irgendein Lied im Kopf, ja, deswegen ist Wunder gibt es immer wieder, schaut euch das mal an, wenn ihr Bock drauf habt, den Songtext, könnt ihr ja bei Google einfach eingeben, ne, Wunder gibt es immer wieder, Songtext, und dann kommt es garantiert, naja, gut, jetzt haben wir, ne, in dem Sinne ein bisschen abgekommen, weil ihr wisst, was ich jetzt damit sagen wollte, ne, es gibt nämlich nochmal die zusätzlichen Hinweise, auch vielleicht für dich, für dein Thema, für deine Frage, und das finde ich total schön, ne, bodenständig, realistisch, alles dafür vorbereitet in der Vergangenheit, zukunftsorientiert gewesen, nach vorne schauend, ne, bodenständig, realistisch, vielleicht auch gespart, gemacht, getan, ne, und jetzt ist es Zeit, im Hier und Jetzt die Wunder auch zu erwarten, auch die anzunehmen, auch ganz, ganz wichtig, ne, nimm diese Wunder auch an, ne, alles, was jetzt kommen mag, wenn du so Impulse bekommst, wo du denkst, das kann doch gar nicht wahr sein, wirklich, ist das so, und es ist alles mit Positivität, ne, behaftet, und alles ist positiv, was da kommen möchte, Wunder sind immer positiv, und nimm sie an, ganz, ganz wichtig, und wenn du dann angekommen bist, ne, wenn du das hier alles für dich sozusagen, in Anführungsstrichen, erledigt hast, am Ziel, an deinem Traum, an, in der Realität, wenn alles dafür, ne, sozusagen, feststeht, dann bekommst du die Treue auch, ne, und das finde ich ganz toll, wenn, Treue heißt ja nochmal, dass alles richtig war, ne, alles war richtig hier, alles, ja, du bist deinen Weg dann gegangen, du hast das realisiert, was du gerne möchtest, hast es vorbereitet, war es bodenständig, realistisch, nicht blauäugig, ne, konntest Wunder dann auch mal annehmen, auch wie gesagt, dieses Annehmen ist ein großes Wort, aber das auch mal, nicht immer zu denken, das haben nur die anderen verdient, ne, sondern auch wirklich diese Wunder, die dann kommen möchten, weil du hier tolle Arbeit, weil du ein toller Mensch bist, alles super gemacht hast für deine Zukunft, ne, hast alles in dem Sinne sozusagen, ich sag jetzt mal, vielleicht auch so, ne, Kinder bekommen, Kinder groß werden lassen, gespart, ne, ein Fundament dir gebaut, alles dafür vorbereitet und jetzt geht es darum, diese Wunder auch im Hier und Jetzt zu ernten und du wirst, weil du dran geblieben bist, wirst du mit der Treue auch belohnt und Treue heißt, dass das alles, was hier auch sein soll, dein Wunsch, Traum, Ziel, wie auch immer, auf jeden Fall sehr, sehr positiv ist und dass du da dich fallen lassen kannst, dass du, ja, da wirklich diese Treue auch bekommst, weil es ist auch bei dem einen oder anderen Herzmensch, Herzmenschen ein Thema und dadurch, dass man hier dran geblieben ist, dass man gekämpft hat, gemacht hat, vielleicht auch an Wundern nicht mehr geglaubt, aber jetzt kommt es, jetzt kommt endlich die Transformation, jetzt kommt endlich die Belohnung und die Treue noch on top zu den Wundern ist mega, ne, wenn man wirklich weiß, okay, man ist angekommen, ne, man kann sich fallen lassen, man kann blind vertrauen auch, ne, kommt mir gerade auch, also mega schön Stapel 1, ne. So, jetzt gucken wir uns natürlich Stapel 2 auch an zu eurer Frage, zu eurem Traum, zu eurem Ziel, was haben wir als erste Karte? Da haben wir das Erlebnis, dann haben wir die Partnerschaft und das Wachsen. Ich zeige euch die Karten, da haben wir das Erlebnis, da haben wir die Partnerschaft und wir haben das Wachsen. So, ja, beim ersten Stapel konnte ich keine Karte in Slendement ummodeln, ummünzen, hier schon, Erlebnis, die Elf, die Routen und bei der Partnerschaft, die 33, der Schlüssel, mega Erlebnis. Die erste Karte zu deiner Frage, zu deinem Wunsch, zu deinem Traum, zu deinem Ziel, hast du in der Vergangenheit schon alles dafür geleistet, vorbereitet, etc., das Erlebnis. Ja, du hast viel erlebt, du hast viel kommuniziert mit den Tacheles-Gesprächen, mit den Routen heißt es, du hattest viele Diskussionen, vielleicht viele Auseinandersetzungen, vielleicht auch Höhen und Tiefen, viele Erlebnisse, die dich aber letztendlich auch weitergebracht haben, die viele Lernfaktoren beinhaltet haben, auch ganz, ganz wichtig, aber wo du immer für dich dann auch eingestanden bist. Also du hast wirklich dafür auch gekämpft und deswegen musstest du auch durch Höhen und Tiefen, durch Berg und Tal gehen und ja, hier auch hier durch Wasser, durch Gebirge, durch erschwerten Bedingungen auch gehen, vielleicht auch manchmal finanziell. Und musstest dich immer wieder behaupten mit der Elf, mit den Routen, heißt das ja immer, man musste immer Gespräche führen, auch vielleicht um dran zu bleiben, um auch Erfolge ernten zu können, um auch weiterzukommen, um auch vielleicht die Tiefen auch wieder zu kompensieren oder wieder sich auch aufzuraffen, Erlebnisse halt diesbezüglich und Partnerschaft, das ist klar, das kann die klassische Partnerschaft sein, aber es können auch Verbindungen sein, die jetzt wichtig sind im Hier und Jetzt. Im Hier und Jetzt geht es darum, Partnerschaft auch diesbezüglich deiner Frage, deines Traum, deines Ziels auch zu leben. Und wenn es nicht die klassische Partnerschaft ist, worauf man bauen kann, die 33, der Schlüssel, mega, öffnet neue Türen, schließt neue Türen auf. Diese Erlebnisse, die nicht so schön waren, die uns aber weitergebracht haben, oder die dich weitergebracht haben, weil du bekämpft hast, drangeblieben bist, du hattest Auseinandersetzungen mit der Elf, mit den Routen. Da hast du die alte Türe aus der Vergangenheit, die nicht so schön warst, du schließen können jetzt hier, im Hier und Jetzt, nicht schließen können, wir sind ja jetzt im Hier und Jetzt, du schließt diese Türe und öffnest mit dem Sicherheitsschlüssel die neue Türe. Und der Hinweis Partnerschaft, vielleicht bist du in der Partnerschaft, wo du dich andehen kannst, wo du angekommen bist jetzt, wo du einfach sagst, es ist alles schön und dieser Weg, dieses Kämpfen und alles, kommt mir gerade auch noch im Kopf. Diese Höhen und Tiefen, die haben sich gelohnt, weil im Hier und Jetzt habe ich die Sicherheit. Du bekommst es bestätigt, Frage, Traum, Ziel, was auch immer bei dir jetzt gerade im Kopf diesbezüglich ist. Aber es ist auch die Partnerschaft, wenn wir jetzt nicht die klassische Partnerschaft sehen, man kann sich auch zusammenschließen mit Menschen, die einem gut gesonnen sind, mit einer Person, mit mehreren Personen, die nochmal die Erfolge auch nochmal verdoppeln, nochmal mehr ausweiten können, noch mehr Sicherheit geben. Manche brauchen auch für irgendwelche Verwirklichungen vielleicht ein Kompanion, wie auch immer. Und dann darf man im Hier und Jetzt danach auch mal fragen, suchen, schauen, Networking betreiben, was für ein Thema du auch immer hast. Verbindungen zählen im Hier und Jetzt und die bringen dich nochmal weiter in deinen Erfolg, in deine Sicherheit auch. Und wenn du angekommen bist, bist du ganz groß geworden, wachsen. Ich finde das so mega, gerade auch wenn man so sieht, dieses Weite auch zu schauen, auch dieses Genießen können, dieses wirklich zu sagen, ja, ich bin an diesen ganzen Erlebnissen, Höhen, Tiefen gewachsen. Ich habe immer gekämpft. Ich habe trotzdem immer das Gespür gehabt, dass ich ankomme. Und ich habe bekommen das Signal ja hier auch mit dem Sicherheitsschlüssel, mit der Erfolgstüre, dass es richtig ist, Verbindungen auch einzugehen. Ob mit Herzmenschen oder freundschaftliche Verbindungen, die einen auch, ich sage mal, im Alltag auch weiterbringen. Und wenn du angekommen bist, bist du so groß geworden, du bist so gewachsen, weil du ja dich nie unterkriegen lassen hast. Du hast gekämpft, gemacht und getan und hast vielleicht auch hinter Personen gestanden, hinter einer Person, was auch immer. Hast viel ertragen, dürfen, müssen, sollen. Aber es hat dich stärker gemacht. Du bist dadurch ganz, ganz groß geworden. Für dich innerlich und ich sage ja immer wie im Innen so im Außen, weil dieses Innerliche, wo du gewachsen bist, wo du viel Fundament für dich geschaffen hast, wo du Seelenfrieden irgendwann mal auch bekommst, dadurch halt auch. Durch diese ganzen Steps, sage ich jetzt mal, zu deinem Traumwunsch, zu deiner Frage, zu deinem Ziel, wie auch immer. Und wenn man angekommen ist und dadurch dann wirklich sich fallen lassen kann, wo man sagen kann, okay, jetzt ist genau das große Weite. Ich kann genießen, ich kann atmen, ich spüre Freiheit. Das kommt mir gerade auch nochmal. Ich bin ganz groß dadurch geworden und das ist meine Erfüllung. Und da wollte ich immer schon hin und das ist etwas, wo du die Bestätigung bekommst, dass das wichtig ist, dass du auch daran auch weiter dran bleibst. Dass du hier die Signale bekommst, auch noch im Hier und Jetzt mit den Verbindungen, Partnerschaft, wie auch immer, die dann nochmal diese Quintessenz, diese Erfolgstüre nochmal mehr öffnen und dich nochmal, ja, nochmal mehr leben lassen. Bei dem einen oder anderen fühle ich wirklich, dass es so geht, so darum, dass man ein Schmetterling wird, dass man immer eher klein war und nicht sich zugetraut hat oder im Außen auch immer so diese Zweifler hatte oder auch nie so diesen Halt hatte. Und jetzt bist du dann, wenn du in deinem Ziel angekommen bist, wenn du deinen Traum verwirklichst, dann bist du so groß und du kannst so stolz auf dich sein und du kannst wirklich genießen, ab dem Moment nur noch genießen und wirklich auch gut zu dir sein. Das kommt mir gerade auch so, ihr Lieben. Ich hoffe, ich konnte euch durch den Jakobsweg jetzt schöne Botschaften mitgeben für eure Frage, für euren Traum, für euren Ziel, für euer Wunsch, wie auch immer. Es waren mega schöne Karten bei beiden Stapeln. Jetzt drücke ich euch ganz, ganz feste und freue mich, dass ihr da seid. Und ja, alles, alles Liebe für euch und bis zum nächsten Orakel. Tschüss!